exoder blog echte gerichtsurteile ich bin anita farke und freue mich spannende urteile aus dem leben zu präsentieren siemens verkauft innomotics an kps capital partners gleis lutz und hängeler murler beraten tätig bericht über siemens trennung von innomotics siemens trennt sich von innomotics strategische neuausrichtung und die rolle führender anwaltskanzleien in einer bedeutenden strategischen neuausrichtung hat sich der deutsche technologieriese siemens von seiner tochtergesellschaft innomotics getrennt der verkauf erfolgt inmitten globaler marktdynamiken und veränderungen in der unternehmensstrategie von siemens dieser bericht beleuchtet die hintergründe die rolle der beteiligten anwaltskanzleien und die möglichen auswirkungen dieses schrittes hintergründe der trennung siemens ag eines der größten industrieunternehmen der welt hat sich dazu entschlossen seine tochtergesellschaft innomotics zu verkaufen innomotics ist ein führender anbieter von antriebstechnik und spielt eine zentrale rolle in vielen industriellen anwendungen die entscheidung innomotics zu verkaufen ist teil einer größeren strategie die siemens verfolgt um sich auf seine kernbereiche zu konzentrieren und gleichzeitig effizienter zu werden der verkauf von innomotics kommt zu einem zeitpunkt an dem siemens seine geschäftsfelder neu bewertet und sich stärker auf digitalisierung automatisierung und intelligente infrastruktur konzentriert dieser schritt soll nicht nur die effizienz steigern sondern auch die innovationskraft und wettbewerbsfähigkeit von siemens auf dem globalen markt sichern rolle der beteiligten anwaltskanzleien der verkauf von innomotics war ein komplexer und rechtlich anspruchsvoller prozess der die expertise führende anwaltskanzleien erforderte die renommierten kanzleien gleis lutz hängeler müller und paul weiß wurden beauftragt siemens während dieses prozesses zu beraten und zu unterstützen gleis lutz gleis lutz ist eine der führenden wirtschaftskanzleien in deutschland und verfügt über umfassende erfahrung in der beratung großer unternehmen bei komplexen transaktionen die kanzlei übernahm die rolle des hauptberaters für siemens und war maßgeblich an der gestaltung und verhandlung der verkaufsverträge beteiligt gleis lutz stellte sicher dass alle rechtlichen aspekte des verkaufs einschließlich der compliance und regulatorischen anforderungen sorgfältig geprüft und eingehalten wurden hängeler müller ebenfalls eine prominente deutsche kanzlei unterstützte den verkaufsprozess durch spezialisierte expertise in den bereichen unternehmensrecht und fusionen und übernahmen m&a die kanzlei war entscheidend bei der due diligence prüfung sowie bei der strukturierung und implementierung komplexer rechtlicher rahmenbedingungen für den verkauf von innomodics hängeler müller trug dazu bei potenzielle rechtliche risiken zu identifizieren und geeignete maßnahmen zu deren abmilderung zu entwickeln paul weiß paul weiß eine international agierende kanzlei mit sitz in new york brachte ihre globale erfahrung und ihr umfassendes netzwerk in den prozess ein durch die bereitstellung von know how in transnationalen transaktionen und der beratung zu internationalen regulatorischen fragen spielte paul weiß eine schlüsselrolle bei der sicherstellung dass der verkauf von innomodics auch den anforderungen in anderen wichtigen märkten entspricht strategische implikation und zukunftsaussichten der verkauf von innomodics ist ein strategisch bedeutender schritt für siemens durch die veräußerung kann sich siemens stärker auf seine kernkompetenzen in den bereichen digitalisierung elektrifizierung und automatisierung konzentrieren diese bereiche bieten erhebliches wachstumspotenzial insbesondere angesichts der zunehmenden bedeutung von industrie 4.0 und der digitalisierung von produktionsprozessen ein weiterer vorteil des verkaufs ist die freisetzung von kapital das siemens in innovative technologien und neue geschäftsfelder investieren kann dies umfasst unter anderem die entwicklung von lösungen für intelligente städte nachhaltige energien und digitale gesundheitsanwendungen gleichzeitig eröffnen sich für innomodics als eigenständiges unternehmen neue möglichkeiten ohne die bindung an siemens kann innomodics flexibler auf marktanforderungen reagieren und strategische partnerschaften eingehen die zuvor möglicherweise nicht realisierbar waren reaktionen und ausblick die reaktion auf den verkauf von innomodics war gemischt während einige branchen experten diesen schritt als nachvollziehbare und notwendige maßnahme zur fokussierung und effizienzsteigerung von siemens loben äußern andere bedenken hinsichtlich der langfristigen auswirkungen auf den markt für antriebstechnik kritiker befürchten dass der verlust an technologischer vielfalt und integration die innomodics unter dem dach von siemens gefördert hat den innovationsdrang in diesem sektor schmälern könnte trotz dieser bedenken sind sich viele analysten einig dass sowohl siemens als auch innomodics von dieser neu ausrichtung profitieren können siemens kann seine ressourcen bündeln und sich auf zukunftsträchtige technologien konzentrieren während innomodics die chance hat als eigenständiges unternehmen mit einer klaren strategie und spezialisierung neue märkte zu erobern die nächsten monate werden entscheidend sein um die vollständigen auswirkungen des verkaufs zu bewerten beobachter werden genau verfolgen wie siemens seine neu fokussierte strategie umsetzt und welche schritte innomodics unternimmt um sich als eigenständiger marktplayer zu etablieren es bleibt zu sehen ob diese trennung der ausgangspunkt für eine neue ära der innovation und des wachstums für beide unternehmen sein wird abschließend lässt sich sagen dass der verkauf von innomodics durch siemens ein wichtiger meilenstein in der geschichte beider unternehmen ist die zusammenarbeit mit den führenden kanzleien gleis lutz hängeler muller und paul weiß zeigt wie wesentlich rechtliche expertise und strategische beratung in solchen komplexen transaktionen sind alle beteiligten werden sicherlich weiterhin aufmerksam beobachtet werden um zu sehen wie sich diese entscheidung langfristig auswirkt autor anita farke freitag 17 mai 24 danke fürs zuhören denk immer an eine möglichst nette bewertung um uns zu unterstützen